Fantastisch! Ich habe mich gerade gesehen, deswegen nehme ich auch auf. Ah, ich muss nur mal kurz überlegen. Ich muss wahrscheinlich so zwei-, dreimal... Ich weiß, dass es die Kanonen übrigens gibt. Manche erzählen ja immer, ich würde die Kanonen vernachlässigen. Beziehungsweise die Bomben. Aber am Anfang habe ich damit immer viel gemacht. Und das ging immer in die Buchs. Deswegen habe ich mich dann irgendwann darauf beschränkt, die Betäubungs-Mopeds zu benutzen. Und von daher... Ja, keine Ahnung. Dann bin ich irgendwie dabei hängen geblieben. Aber man kann ja auch mal wieder gucken, was da besser wird. Wir setzen die jetzt mal hier hin und betäuben als erstes mal... ...diese beiden Sachen, weil uns die Mörser ja wie gesagt nicht so viel tun. Das ist ja generell nicht verkehrt, wenn uns die Mörser eigentlich in Ruhe lassen und wir gehen sofort aufs Hauptquartier... ...und betäuben nochmal hier oben. Dann müsste das eigentlich auch schon gleich geschafft sein. Wenn wir das jetzt so haben, dann haben wir oben betäubt und unten sind ein paar Leute... ...zwei jetzt kaputt gegangen, aber wir haben das Hauptquartier zerstört... ...und damit gehört die Ressourcenbasis auch direkt uns. Das ist natürlich top. Jetzt haben wir natürlich immer mehr Holz, also... ...Holz haben wir sowieso eigentlich im Überfluss, dadurch, dass wir auch mehrere Ressourcen haben, die uns Holz bringen. Aber gut, wie können wir das denn hier verbessern? Indem man... ...das Hauptquartier noch ein bisschen weiter nach hinten stellt vielleicht. Kann ich die Bäume wegmachen? Für 1000 Bretter machen wir doch. Ah ne, für Gold hab ich das gemacht, ne? So. Der Mini-Mörser. Und dann lassen wir das mal so. Schieben den aber noch so, dass er das Hauptquartier noch ein bisschen mit schützt. Na gut, jetzt kann man natürlich hier beides betäuben, aber ganz im Endeffekt ganz auslassen kann man es eh nicht. Ich will das erstmal so stehen. Ist jetzt egal. Äh, Hauptsache wir haben die schon mal wieder geholt. Und das ist das Wichtigste. Jetzt bin ich aus dem Spiel gegangen. Aus Versehen, ich hoffe die Aufnahme geht weiter. Ja, geht'se. Und wir gehen nach Hause und bauen uns neue Truppen. Wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir... ...quasi ich nehme das jetzt quasi nah auf, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten. Ähm, deswegen müssen wir jetzt mal in ein paar Minuten abwarten in der Zeit. Ich hab übrigens die Base wieder umgebaut, die sieht jetzt wieder normal aus. Ich hab mir das Layout... Also ich hab nur ein Layout gefunden für Rathaus oder beziehungsweise Hauptquartier Level 8 und 11. Ich hab aber ja 9 und deswegen hab ich mich da so ein bisschen an so einer Mischung orientiert. Aber ich denke mal, dass das jetzt ganz gut aussieht. Wir müssen mal die ersten Angriffe abwarten, die so auf uns geführt werden. Und dann gucken wir uns dann an, inwieweit wir uns da noch verbessern müssen. So, haben wir denn noch Gegner? Die wir gleich noch angreifen können. Sebi hatten wir eben oder noch? Ähm... Entwo, die haben wir schon geschafft, ne? Hatten wir den nicht schon geschafft eben? Ne, ach, das war der. Okay, wir haben immer den geschafft. Weil war das denn mit dem Rechtsressourcenbasis wie jetzt hier denn aus? Die gucken wir uns mal an. Ob wir uns die nicht auch noch holen können. Was haben wir denn hier? Kanone Level 5. Maschinengewehre. Ist eigentlich zu vernachlässigen. Mörser ist zu vernachlässigen. Und die beiden Türmchen. Das heißt, wir müssten mal vielleicht ein, zwei Kanonen zerstören vorher. Wie weit kommt denn die? Die kommt noch bitte. Ja, das heißt, ich würde die Kanone zerstören. Und dann gucken, ob wir die sofort angreifen können und dann hier betäuben. Dafür muss ich aber eben erstmal die Truppen komplett zusammen haben. Dafür gehen wir nochmal eben in die Heimatbasis. Und beenden das ganze Spiel. Ah ne, zehn Stück brauchen wir dafür noch. Das wird noch nichts. Dann müssen wir mal eben gucken, ob wir nicht mit dem U-Boot noch was starten können. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Gold. Da ist für hier noch den ein oder anderen Tauchgang. 238.000. Wieviel haben wir? 221.000. Okay, dann würde ich das vielleicht noch abwarten. 8.000. Kriegen wir nicht noch irgendwo ein bisschen mehr Gold? 9.000. 8.000. Ich glaube bei diesem kleinen Dörfchen hier tut sich das alles nichts. Kaputter, kaputter Pfeil. Ja, hier könnten wir uns 14.000 Gold holen. Und Chance auf rote Fragmente. Das ist natürlich gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ähm. Greifen wir einfach mal jetzt hier an. Mit den Truppen die wir haben. Das sollte eigentlich ausreichen. Wenn ich jetzt irgendwo mal die hier hinsetze. Ach ne, ich mach erst mit der Kanone. Kurz ein Prozess. Oh, jetzt ist die noch heile. Okay, dann müssen wir doch noch einen draufsetzen. Und dann setzen wir uns mal hier hin. Und ich muss jetzt gleich gucken wegen der Betäuberei. Sobald es los geht. Und dann sollten wir eigentlich, oh, wir müssen uns mal kurz heilen. Gucken, dass wir das jetzt gleich hintereinander haben. Dann können wir die beiden Mörser hin, ne, die beiden Raketenwerfer direkt betäuben und die Leute aus Hauptquartier schicken. Das müsste dann klappen. Und da gehe ich mal davon aus, dass wir die jetzt, beziehungsweise dass wir das jetzt relativ zügig erledigen. Die Dinger machen uns ja eigentlich nicht so viel. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft und haben 9000 Gold immerhin. Aber ich hoffe eigentlich, scheiß aufs Gold, ich hoffe eigentlich, dass wir ein paar Fragmente noch bekommen. Da sehe ich doch schon eins. Das ist gut, weil wir brauchen auf jeden Fall mehr rote Statuen. Jetzt haben wir zwar nur ein Fragment bekommen, aber auch immerhin etwas, weil der letzte Götze ist, glaube ich, eh noch im Bau. Wenn ich das gerade noch richtig sehe, warte mal eben, muss ich mal eben gucken. Da bauen wir gerade noch einen Götzen. Und dann hätten wir, wenn wir den zurückfordern, ach ne, das bringt uns noch nicht so viel. Okay, ein rotes Fragment brauchen wir auf jeden Fall noch und dann müssen wir eh noch ein bisschen weiter sammeln. Aber auf jeden Fall sind die roten Dinger die wichtigsten, weil die uns halt die Truppen verstärken. Und darum geht es ja eigentlich im Endeffekt, dass man stärkere Truppen hat, weil das bringt es einem. Ich meine, okay, klar will man auch sein Dorf nicht ständig geplündert haben, aber den Spielspaß hat man ja eigentlich beim Angreifen. Also bringt einem eher was, wenn die Truppen stark sind und man gute Angriffe schafft, als wenn halt mal das Dorf verteidigt wird. So sehe ich das zumindest. Weil, pff, ob ich jetzt sehe, mein Dorf wurde verteidigt oder mein Dorf wurde geplündert, okay, dann ärgert mich das zwar, aber dann hatte ich ja keinen Spielspaß sozusagen daran, wenn es verteidigt wird. Den Spielspaß hat man halt echt einfach nur mehr oder weniger daran, wenn man jemanden angreift und zerstören kann, so. Ja komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir verballern jetzt einfach mal ein paar Truppen. Wir haben ja eh keine Diamanten mehr, um die loszuwerden. Auch hier gibt es nämlich wieder rote Fragmente. Und die, warte mal, ich muss mal gucken, den Flammenwerfer machen wir mal kaputt. Oder beziehungsweise wir machen ihm einen kleinen Anknacks-Schaden schonmal und dass wir das hier gleich direkt, sobald es muckt, wird es betäubt. Quasi jetzt. Die Mörser tun uns, wie gesagt, nicht so viel. Ähm, wir können jetzt die beiden Sachen noch zerstören. Das müsste auch relativ zügig gehen. Das Maschinengewehr ist jetzt auch platt. Und dann haben wir es auch schon geschafft, weil der Mörser, der kriegt jetzt auch noch eben einen drüber. Und dann haben wir, können wir uns ganz in Ruhe jetzt auf das Hauptquartier stürzen. Und ich hoffe, dass wir halt ein paar Fragmente noch farmen können. Nein, da kam keines raus, wenn ich mich nicht täusche. Gold, Holz, Steine. Doch, eins auch wieder. Schön. Und vier Verluste, okay. Ist noch im Rahmen. Kann man noch mit leben, würde ich sagen. Bauen wir natürlich jetzt wieder aus. Dauert jetzt wieder zwölf Diamanten lang. Aber wir können ja gucken. Wir machen das jetzt mal mit so ein paar, mit Low-Power-Truppen sozusagen. Wie sieht es denn hier aus? Wie schiebe ich denn hier aus? Was haben wir hier? Der kommt nicht weit. Okay, der kann uns mal am Arsch lecken, der Flammenwerfer. Das Maschinengewehr kann uns mehr oder weniger auch am Arsch lecken. Aber die Türmchen, die hauen ein bisschen rein. Vielleicht, wenn ich die Türme vorher zerstöre und dann aufs Rathaus gehe. Ah, das kriegen wir hin. Oder die Türme betäuben. Oder wie wäre es denn, wenn wir von hinten drum herum laufen und ich dann... Das probieren wir mal aus. So, komm her. Zapp, zapp, zapp. Erstmal außerhalb des Flammenwerfers hoffentlich. Ja, nicht so nah daran her, ihr Demlacke. Demlacke. So, dann nach da hinten. Jetzt darf ich natürlich nicht failen. Ah, außerhalb der Flamme. Gut. Und dann hier. Alter, wie stark sind die scheiß Türme? So. Jetzt muss ich 7 haben. Dann gehen wir aufs Rathaus. Und ich betäube die Türmchen. Und hoffe, dass das reicht. So. Mal gucken. Wie ist das da aus? Wir gehen mal ein bisschen näher heran. Natürlich lässt die Betäubung jetzt nach. Aber die Krieger heilen sich ja auch in der Zeit, wo sie drauf schlagen. Das ist nicht verkehrt und das müsste auf jeden Fall klappen. Jetzt habe ich allerdings auch gar nicht drauf geachtet, ob es hier rote Fragmente gibt. Aber vielleicht kriegen wir ja auch ein paar dunkle oder so. Das wäre auch nicht verkehrt. Nee, aber es gibt nur Eisen. Okay. Auch nicht so schlecht. Auch wenn das Lager, glaube ich, sowieso mehr oder weniger voll ist. Aber man kann ja immer alles mal gebrauchen. Jetzt haben wir wieder noch ein paar Truppen, die wir nachbauen müssen. Und dann könnten wir fast sagen, wir sind am Ende der Folge erstmal angekommen, würde ich sagen. Und wir müssen als nächstes wirklich vielleicht uns mal drum kümmern, bei Gelegenheit das Hauptquartier abzugraden. Damit wir die Truppen ausbauen können, weil wir sind echt mit den Truppen schon mehr oder weniger am Maximum angekommen. Wenn wir im Arsenal mal vorbeigucken wollen hier. Alles fertig. Hier braucht man auf jeden Fall höhere Arsenale. Und das Arsenal kann man definitiv erst ausbauen mit dem nächsten Hauptquartier-Level. Das heißt, das einzige, was wir noch machen könnten, wären diese komischen Schützen. Aber die benutzen wir eh kaum. Und ja, ich hätte gerne auf jeden Fall irgendwann mal diese Panzer-Hauptquartier. Dafür braucht man aber schon Hauptquartier Level 11. Das heißt, da müssen wir nochmal eins länger warten. Aber gut, das wird irgendwann halt passieren. Was haben die denn so, wie man die mal vergleicht? So, die haben... Alter, Ausbildungszeit 36 Minuten. Größe der Hände hat 8. Schaden pro Sekunde 156 zusammengerechnet und Trefferpunkte 2300. Und was haben die? Die haben... Die haben mehr Schaden pro Sekunde. Aber halt natürlich weniger... Weniger... Trefferpunkte und kriegen das Doppelte an... Oder... Haben die Hälfte an... Größe. Das heißt, für jeden von den Panzern kann man theoretisch 2... 2,5 Krieger bauen. Wenn das mal 2,5 rechnet... Okay, dann hat man natürlich bei den Panzern mehr, was die einstecken können. Machen aber weniger Schaden im Vergleich. Das heißt, da wird sich dann zeigen müssen, ob die sich rentieren. Aber ich habe schon ein paar Leute gesehen, die uns damit angegriffen haben. Von daher kann das eigentlich nicht so schlecht sein. Ähm... Dann muss ich nochmal mit vergleichen. Okay, die sind natürlich alle... Die kriegen natürlich noch weniger... Oder sind natürlich noch weniger stabil. Wenn die direkt auf den Sack kriegen, dann sind die davor kaputt. Von daher müssen wir halt schauen, dass wir uns da demnächst noch ein bisschen weiterentwickeln können. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen... Mittwoch... Glaube ich müsste... Mittwoch sein. Danke fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.